vor mittlerweile sechs jahren hat hier auf youtube mit maurice neo für mich alles angefangen und nach einer kurzen sommerpause möchte ich mich jetzt mit diesem video hier wirklich voll und ganz zurück melden ich habe eine menge geiler pläne für die nächsten monate für die nächsten jahre genau darüber möchte ich in diesem video mit ihr sprechen das heißt auf der einen seite möchte ich in diesem video jetzt gleich die letzten sechs jahre meiner entwicklung auf eine ganz spannende erkenntnisreiche art und weise noch mal revue passieren lassen und wir begeben uns dafür jetzt an meinen persönlichen kraftort an mein lieblingsort wo vor sechs jahren tatsächlich alles angefangen hat damals mit unter anderem dem ominösen 180 tagen auf der video das für mich schon ein bisschen legenden status erreicht hat weil es auch heute sechs jahre weiter in der geschichte immer noch fühlen kann genau das heißt die letzten sechs jahre meiner entwicklung was sich seitdem alles verändert hat was sich seitdem alles entwickelt hat und ja sowohl die positiven als auch vielleicht die ein oder andere negative entwicklung das heißt ja soll sowohl um meinen weg gehen als auch vielleicht um die gesellschaftliche entwicklung insofern auf jeden fall eine menge spannender geschichten und parallel dazu oder darauf aufbauend wollen wir dann natürlich auch einen kleinen ausblick wagen das heißt wie es hier auf moris neo weitergehen wird wie es mit meinem neo mentoring weitergehen wird und insofern lohnt es sich auf jeden fall dran zu bleiben wird auf jeden fall die ein oder andere spannende einsicht geben und hier auch eine exklusive einladung geben wie du vielleicht schon bald einem exklusiven neo man retweet teilnehmen darfst insofern es lohnt sich dran zu bleiben wir hören uns nach dem intro wieder hat mir den weg jetzt hier noch weiter durchschlagen und gleich die kamera aufbauen insofern und damit von herzen willkommen zu diesem video cool ist dabei bist mein freund genau hier ging vor mittlerweile sechs jahren alles los kann ja auch gerne mal das video das ist so als start meiner reise irgendwie auch noch in erinnerung habe über dieses video hier gerade einblenden damit du meinen eindruck bekommst wie das ganze hier vor sechs jahren im winter ausgesehen hat ich damals ausgesehen habe und jetzt bin wir wieder vor in die realität in die aktuelle zeit und jetzt sitze ich hier an diesem ort indem ich ganz ganz viele spannende erkenntnisreiche momente hatte nämlich viele bittere tränen geweint habe ich ganz tolle momente hatte in denen ich mich inzwischen sogar auch schon mit vielen neo mentoring teilnehmern treffen durfte und ganz generell in diesen sechs jahren einfach so unglaublich viel passiert ist also ich mir gedacht habe es ist mal zeit ja für eine art will talk das heißt ja eine kleine sommerpause ist jetzt vergangen sommer sind nicht so viele videos gekommen einige wies natürlich schon aber jetzt möchte ich den september gewissermaßen wieder als richtigen start ansehen dass wir jetzt hier gemeinsam in den herbst gemeinsam in den winter reingehen und ich einfach bock habe mich selbst auch wirklich noch mal ein bisschen neu zu erfinden das ganze weiterzuentwickeln und dementsprechend hast du es vielleicht auch schon gesehen auf meiner moris neo seite haben wir jetzt tatsächlich auch ein anderes auftreten andere farben das heißt ich bin zu einem dunkelrot gewechselt auch das neo mentoring ganz gerne auch mal auf moris neo.de vorbeiklicken er strahlt in einem neuen gewand ein ganz ganz neues logo das ich in auftrag gegeben habe damit verbunden habe ich das ganze konzept jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt dass das neo mentoring jetzt wirklich etwas ist was exklusiv für männer ist das heißt soll eine wirkliche männergemeinschaft dort entstehen wo wir uns regelmäßig auch zu retweets treffen wo wir ganz generell einfach den kompletten austausch über das ganze jahr hinweg haben wo es eine ganz ganz spannende ganz transformative neo man akademie geben wird wo du als man gewissermaßen ein geiles leben wirklich auch lernen kannst alles dafür vorführen ist was du dafür brauchst und das ist so ein bisschen das was mich die letzten wochen jetzt auch im sommer umher getrieben habe das heißt ganz viel zeit ist in dieser arbeit geflossen ganz viel zeit auch in neue exklusive videos für diese neo man akademie und jetzt habe ich einfach bock auch hier auf moris neo natürlich das ganze ein bisschen weiterzuentwickeln vor allen dingen jetzt auch so ein bisschen an den videos noch mal zu feilen das heißt hier wirklich einen großen mehrwert zu geben dich zu inspirieren nicht einfach auch auf den weg aufzumachen und dementsprechend würde ich mich jetzt schon freuen relativ zu beginn des videos du dem video jetzt schon mal einen daumen nach oben gibst gerne den kanal abonniert weil es nicht getan haben solltest und gerne auch die glocke aktiviert dass in zukunft auch keins von diesen spannenden videos verpassen wird und ansonsten auch direkt am anfang würde ich dich bitten die kommentarfunktion einfach mal zu nutzen und mir mal mitzuteilen was du dir jetzt in den nächsten wochen monaten an video wünschen wünschen würdest das heißt welche themen dich aktuell interessieren das ist jetzt irgendwie zum thema selbstfindung sei es zum thema männlichkeit sei es zum thema frauen dating flirten ganz egal was dir da auf dem herzen liegt einfach mal raushauen welche videos dich interessieren würden natürlich auch gerne zu nofap scene retention die komplette bandbreite du weißt was zu tun ist damit hilfst du auf dem algorithmus schon mal wieder ein bisschen auf die sprünge und damit halt eben auch direkt ohne dass es dir weh tut mir insofern ja wo fangen wir an wo steigen wir ein vor wonder about sechs jahren 2016 was gewesen habe ich hier gestanden dieses 180 tage nofap video gedreht und für alle die oder falls du mich schon länger verfolgen solltest weißt du vielleicht das ist mir damals auch ziemlich beschissen gegangen ist das heißt ich habe mich ziemlich unwohl in meiner eigenen haut gefühlt hatte keinen plan wohin mein leben sich entwickeln soll er hatte wenig fähigkeiten im umgang in anführungsstrichen mit dem anderen geschlecht mit frauen habe mich da ziemlich unsicher alles andere als attraktiv in meiner haut gefühlt dann dazu kam vor allem damals natürlich dann noch meine pornografie sucht damit halt eben auch wenig energie und so weiter und so fort das heißt alles in allem ging es mir damals ziemlich beschissen so und dann ging das ganze ja los das war ja dann auch der startschuss für diesen youtube kanal dass ich über diese nofap vorn gestoßen bin die geschichte will ich jetzt gar nicht mehr so in detail erzählen sondern nur so ein bisschen zum reinkommen das heißt daraus entstanden ist dann der youtube kanal weil ich damals so gedacht habe okay krass es gab es damals auf dem deutschsprachigen raum einfach noch gar nicht deswegen hatte ich einfach bock das ganze zu teilen dann ja muss ich das definitiv zu sagen hat mein leben damals eine krasse wendung genommen obwohl ich es immer noch auch mit ängsten und zwar dazu vor zu tun hatte war da auf einmal irgendwie neues vertrauen in mich selbst dass ich auf einmal mich meinen ängsten stellen konnte und auf einmal wirklich in allen lebensbereichen begonnen habe halt eben nicht zu entwickeln das heißt auf der einen seite ist mein studium angefangen hatte vorher ein fsj noch gemacht hat das mich sehr geprägt hat wo es tatsächlich um die arbeit oder den umgang auch mit behinderten menschen ging wo ich extrem viel mitnehmen durfte bis heute für mich unglaublich dankbar und ja dann ging es weiter dass ich wie gesagt mein studium angefangen habe dass ich von zu hause dann damals auch ausgezogen bin das kann ich mit wie viel jahren das war ich habe mit 20 so ungefähr von zu hause ausgezogen bin damals in der wg gezogen bin wo ich bis heute auch einen meiner besten freunde kennengelernt habe grüße gehen raus und ich weiß wer gemeint ist mein zimmergenosse beziehungsweise zimmernachbar damals lange lange zeit gewesen ja wo ich das erste mal lernen durfte auch wirklich eine ganz ganz tiefe herzensfreundschaft von mann zu mann zu führen so viele abende so viele tolle nächte für die ich bis heute und wahrscheinlich auch ewig dankbar sein werde ja und ganz generell das war damals halt alles so dass sowas für mich nicht selbstverständlich waren ich weiß nicht wie es dir geht aber es ist heute eben nicht selbstverständlich dass man als man unbedingt wirklich tiefe herzensfreundschaften führt ich meine ein paar oberflächliche bekanntschaften freundschaften die hat man wahrscheinlich wobei das auch selbst das ist heute nicht unbedingt selbstverständlich insofern war die tiefe freundschaft für mich damals alles andere als selbstverständlich und dementsprechend war das sage ich mal so einer der ersten bereiche die ich angegangen bin das heißt bestehende freundschaften wirklich zu vertiefen sprichwörtlich die hose mal runterzulassen wirklich sprichwörtlich natürlich nur ja und ganz generell einfach mich mich auf andere menschen auch wirklich einzulassen in dem sinne als dass ich nicht mehr eine rolle versucht habe vorzuspielen sondern wirklich über die themen begonnen habe zu sprechen die mich interessieren fragestellungen das heißt was was machen wir hier eigentlich den ganzen tag wer bin ich dann werde ich auch nie vergessen dann habe ich damals angefangen eckartolle zu lesen jetzt die kraft der gegenwart relativ kurz danach auch eine neue erde und das war auch hier in diesem waldgebiet ich werde auch nie vergessen weil ich mit einem auch damals ziemlich guten freund unterwegs gewesen und ja stand hier im wald und hat das erste mal das gefühl dass ich keinen plassen schimmer mehr habe wer ich eigentlich bin und ich weiß dass es jetzt wahrscheinlich irgendwie schwer nachzuvollziehen oder vielleicht doch gar nicht für dich je nachdem wenn du dir diese frage wer bist du eigentlich auch schon mal gestellt hast wirst du wissen was ich meine und ja das war jetzt vielleicht vor fünf vor sechs vor sieben jahren ich weiß es gar nicht mehr genau das war glaube ich sogar noch vor dem youtube kanal vielleicht ist es schon sieben jahre her und das war damals eigentlich der startschuss meiner inneren erkenntnisreise das heißt wo ich auf einmal mich nicht mehr nur als der moris gefühlt habe das heißt nicht mehr nur als die rolle gefühlt habe in die ich da irgendwie hinein geboren wurde und hinein erzogen hinein konditioniert worden bin sondern auf einmal realisiert habe okay ich kann mich selbst gewissermaßen beobachten ich kann meine gedanken beobachten all das beobachten was in mir den ganzen tag abläuft wie ich reagiere und habe da eigentlich noch nicht mal wirkliche kontrolle darüber im ersten moment ich muss ehrlich sein hat mir das eine menge angst eingejagt aber im zweiten moment oder in den nächsten darauf folgenden momenten was auf einmal so dass ich damit begonnen habe eine neue art von freiheit in mir zu entdecken das heißt wenn ich nicht meine gedanken bin dann kann ich ja jetzt beginnen irgendwie auch eine neue geschichte zu schreiben fernab von den gedanken die bisher in mir selbst einprogrammiert worden sind und ab da ging die reise los das heißt ich habe begonnen zu lesen ich hatte damals auch begonnen mich für ein coaching einzuschreiben hatte damals das glück meinen mentor kennenzulernen bin wie gesagt von zu hause ausgezogen hatte mich damals dann auf einmal auch begonnen wirklich für tai chi zu interessieren hatte dann damals auch das glück da auf einen ganz ganz tollen lehrer zu stoßen bei mir in der stadt bei mir in koblenz da dann auch wirklich sehr 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 viel zu lernen über den körper über die innere energie über das ski ja die die nofap journey die sie in retention journey ging weiter ich hatte damals dann auch mein allererstes buch geschrieben das heißt potenzial von von pornos likes und zocken zu dem beginn einer erwachten reise auch immer noch eine dicke empfehlung falls es noch nicht gelesen haben solltest und ja das war einfach magisch was da passiert ist und jetzt auch nicht vergessen dann wurde ich damals sogar das war noch während meinem studium ist vielleicht jetzt 44 jahre fünf jahre her ich weiß es gar nicht genau wurde ich dann nach berlin zum zdf eingeladen wo ich damals in einer in der talk sendung mit ihnen ist an juli sozusagen über das thema über sexualisierung sprechen durfte war damals so nervös vor diesem vor diesem gespräch da das dann aufgezeichnet worden ist mit ganz krassen kameras mit jo schück der das ganze moderiert hat und trotzdem ich bin damals auf den geschmack gekommen weil ich so wirklich realisiert habe und damit sind wir vielleicht auch bei der ersten tiefgreifenden erkenntnis dass es im leben eigentlich immer wieder ums selbe geht vor allem als man vielleicht auch immer wieder ums selbe geht das heißt wir haben es immer wieder mit unserer eigenen grenze zu tun was meine ich mit grenze die grenze ist das gebiet wo du dich selbst irgendwie unwohl fühlst das heißt wo du in kontakt bist mit der angst wo den kontakt bis mit körperlich irgendwie in dem gefühl dass sich was zusammenzieht dass du das gefühl hast du ein bisschen die kontrolle vielleicht nicht mehr zu haben dass du nicht weiß was als nächstes passiert das ist die grenze und es geht im leben glaube ich immer wieder darum sich an der grenze aufhalten zu lernen sich nicht so dermaßen zu überfordern dass man dann erst mal ein paar wochen schachmatt gesetzt ist aber sich so in diesem grenzgebiet zu akklimatisieren dass man auf den geschmack kommt und dass man irgendwann realisiert das ist immer wieder dieses selbe gefühl was mich an der grenze erwartet aber es ist dann auch immer wieder ein gefühl der absoluten belohnung wenn ich die grenze ein stück weit verschiebe das heißt wenn ich realisiere ok krass ich habe mich meinen ängsten meiner grenze gestellt und ich lebe immer noch und ich habe vielleicht jetzt die erfahrung gemacht die hinter der grenze gelegen ist und das hat sich in den letzten sechs jahren durch mein leben gezogen ich sage gar nicht dass es mir immer möglich war ich will dir gar nichts vormachen das war auch mir nicht immer möglich irgendwie in allen bereichen an der grenze zu leben aber auch das ist glaube ich die zweite ganz ganz wichtige erkenntnis die ich aus den letzten sechs jahren mitnehmen durfte das ist im leben immer wieder darauf ankommt zu wachsen und dann aber auch wieder darauf ankommt sich auszuruhen zu integrieren und da tun wir menschen und sollte unglaublich schwer weil youtube weil netflix und co weil pornografie und co weil die ständige stimulation eben keine wirkliche pause ist und wir menschen das verlernt haben wirklich auch mal wieder nichts zu tun ich bin ganz ehrlich mit dir mein freund ich glaube die krasseste entwicklung habe ich in den letzten jahren eigentlich immer dann genommen wenn es mir beschissen ging immer dann genommen wenn ich zeit mit mir wirklich alleine verbracht habe zum beispiel hier an meinem kraftort das heißt es gab so viele tage hier an denen ich wirklich nicht nur sprichwörtlich sondern wirklich in tränen stand weil ich nicht wusste womit der kopf steht weil ich absolut orientierungslos war weil ich nicht wusste wohin meine reise sich entwickeln soll ganz viele offene fragen und trotzdem inzwischen kann ich sagen dass ich immer wieder aus diesen phasen wenn ich mich nicht davor betäubt oder abgelenkt habe dass ich aus diesen phasen gestärkt hervorkam und darin lernen durfte mich wirklich auf mich selbst einzulassen denn diese grenze existiert meiner erfahrung nach nicht nur in bezug auf die gesellschaft das heißt natürlich ganz oft hat die grenze auch damit zu tun dass ich mich vielleicht bei einem vortrag als klassisches beispiel oder bei einem date bei einem business dass ich vielleicht starte oder bei einem wichtigen termin auf der arbeit oder was weiß ich was was in deinem leben da in der gesellschaft mal vorkommt auf jeden fall hat angst natürlich auf der einen seite immer oft vielleicht mit anderen menschen zu tun aber diese grenze die existiert tatsächlich auch dann wenn du vollkommen mit ihr alleine bist und auch da dürfen wir lernen diese grenze zu verschieben uns auf diese grenze auf diese angst gewissermaßen vor uns selbst vor der tiefe unseres selbst auch einzulassen davor tiefer und tiefer auch loszulassen und ehrlich gesagt kein platz im zimmer zu und ehrlich gesagt dann auch kein platz im schimmer zu haben was dann auf mich wartet wer ich denn dann bin wenn ich noch tiefer loslassen und insofern kann ich auch vor dir nur meinen hut ziehen wenn du in diesem prozess drin steckst und ich denke mal wenn du das video jetzt bis hierhin angeschaut hast dann wirst du wissen was ich meine dann wirst auch du in deinem eigenen lebensprozess drin stecken sich darauf eingelassen haben insofern ist das unglaublich mutig und mein freund ich fühle mit dir und wir stecken im selben boot stecken hier in dieser selben lebensreise drin als man oder auch als frau je nachdem kann ich tatsächlich sagen das ist wirklich verrückt eigentlich dass sich in diesen sechs jahren unglaublich viel verändert hat aber auf der anderen seite sich einiges auch überhaupt nicht verändert hat das heißt wenn ich jetzt hier stehe wenn ich jetzt hier sitze ist auch immer noch ein teil in mir der sich so ein bisschen fühlt wie damals auch immer noch ein teil in mir der nicht weiß was jetzt genau das leben ist der nicht weiß was jetzt genau vielleicht als nächstes passieren wird das liegt ganz einfach daran dass wir hier in einem mysterium in einem abenteuer drin gelandet sind und genau das wahrscheinlich dieses mysterium leben ausmacht dass wir eben nicht auf alles eine antwort haben ich glaube da drin liegt die dritte ganz ganz große erkenntnis dass in dem raum des nicht wissens eigentlich unsere freiheit liegt nur wir heute in der gesellschaft leben in der dieser raum des nicht wissens permanent gefüllt permanent als gewissermaßen nicht existent abgestempelt wird das heißt wir wollen wir müssen immer alles wissen und wenn wir mal in berührung mit diesem raum kommen mit diesem gefühl kommen dann wartet das radio dann wartet das fernseh dann wartet youtube dann wartet das smartphone heute an jeder ecke dann wartet jetzt vielleicht bald sogar noch die virtuelle realität um uns ja nicht mit diesen tieferen gefühlen des nicht wissens in berührung kommen zu lassen jetzt stell dir doch einfach nur mal vor wenn immer mehr männer in berührung mit diesem inneren raum kommen sich immer mehr männer diese frage wer bin ich denn eigentlich wirklich hinter meinen an erzogenen antrainierten rollen stellen würden ich bin fest davon überzeugt es wird sich hier auf diesem planeten alles ändern denn auch das durfte ich in den letzten jahren erfahren es ist ein unglaublicher unterschied wie menschen sich begegnen ob man sich nur auf ebene der rollen begegnet und ich sage gar nicht dass das schlecht ist gottes will die rollen haben natürlich ihren zweck und es ist auch mal wichtig sich im schutze der rollen zu begegnen hat auch alles seine daseinsberechtigung ja keine frage aber heilsam und wirklich kraft spenden kann es eben auch mal sein wenn wir lernen diese rollen wie als ob ich abends ins bett gehe und meine tageskleidung ausziehe und dann halt eben nackt oder zumindest in einem schlafanzug ins bett gehe genauso sollten wir ja eigentlich auch lernen von unseren rollen mal loszulassen und zu erforschen werde was wir dahinter sind weil wenn wir uns immer nur auf ebene der rolle begegnen dann ist da so viel distanz zwischen uns dann fühlen wir uns am ende des tages irgendwie alleine und denken wir seien auch mit unseren essentiellen fragen mit unseren essentiellen problemen mit unseren herausforderungen irgendwie alleine mit unseren tiefen gefühlen vielleicht auch Und ich kann inzwischen sagen dem ist eben nicht so Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht jeder mensch kennt eigentlich diese gefühle Und die meisten trauen sich eben nicht mehr sie an sich hinanzulassen Genau da kommt für mich inzwischen wirklich auch Gemeinschaft männergemeinschaften zum beispiel ins tragen das heißt bin inzwischen unglaublich dankbar dafür dass ich vor mittlerweile vier jahren dieses neomentoring entwickelt habe Insofern auch noch mal da danke an die ersten Klienten an die ersten teilnehmer damals Die damals sogar auf mich selbst zugekommen sind das heißt vor mittlerweile vier jahren Grüße gehen raus an dich michael Jemand auf mich zugekommen hat mich gefragt ob ich ihn wirklich mal ein ganzes jahr lang coachen begleiten möchte Und da draus ist dann letzten endes das neomentoring entstanden weil ich dabei gemerkt habe okay Krass ich kann wirklich menschen helfen ich kann wirklich menschen diesen raum der transformation bieten Und daraus entwickelt habe ich dieses neomentoring und inzwischen durfte ich schon weit über 40 leute 1 zu 1 begleiten und Leben verändern insofern bin ich auch dafür Unglaublich dankbar dass ich all das aus diesem staat damals bis hier und jetzt gewissermaßen entwickeln durfte und auch noch weiterentwickeln wird da bin ich mir ziemlich sicher Und Ja Mit diesem neomentoring ging für mich dann auch ein neues kapitel los dass ich auf einmal nicht in der selbstständigkeit auch wieder gefunden habe das heißt Auf einmal lernen durfte ich nur mich selbst in meinem eigenen leben zu begleiten sondern wirklich auch andere männer andere menschen begleiten zu dürfen und Auch da drin wird man natürlich immer feinfühliger kann sich immer besser auch in andere menschen hineinfühlen und Ja richtige wichtige tipps geben die richtigen übungen zur richtigen zeit vorstellen Aber vor allen dingen eben diesen raum anbieten dieses gefühl dem anderen menschen geben dass er mit seinen eigenen prozessen eben nicht alleine ist Dieses jahr war es zum beispiel auch das erste mal so dass das erste größere neoman retweet stattgefunden hat auch das eine erfahrung Für die so unglaublich dankbar bin kann ich auch da einfach jetzt mal ein paar szenen drüber einblenden Und gerne auch die einladung jetzt direkt mal aussprechen falls du bei dem nächsten retweet dabei sein möchtest oder falls du ganz generell bock hast Jetzt in deinem eigenen leben mit diesen gefühlen mit diesen fragen nicht mehr alleine zu sein sondern wirklich gemeinsam zu wachsen Gemeinsame antworten zu finden gemeinsam wirklich auch in eine tiefere art der inneren freier zu kommen Klicke gerne mal auf murisneo.de vorbei oder klick einfach unten in der video beschreibung auf den link Und trage da einfach mal kurz deine handynummer ein Ist alles selbsterklärend auf dieser seite Handynummer eintragen absenden und dann werde ich mich in den nächsten tagen schon bei dir melden oder alternativ falls du das überspringen möchtest und den direkten kontakt zu mir willst Dann ist unten in der video beschreibung tatsächlich auch ein direkter whatsapp link Das heißt da kannst du gerne auch drauf klicken falls jetzt das am handy schaust und dann wird direkt whatsapp aufgemacht und du kannst mir die nachricht einfach absenden Und dann werde ich dir definitiv auch antworten und die einfach mal vorstellen wie du vielleicht auch bald schon mal in Einen unverbindlichen wirklich vollkommen unverbindlichen pro monat starten kannst und dieses neo mentoring die anderen teilnehmer Meine akademie all das damit verbunden auch mal persönlich kennenlernen darfst ich würde mich freuen dich kennenzulernen mein freund und das ist auch noch was ganz anderes als wenn man einfach nur Passiv mir jetzt hier zuhört das heißt dann können wir wirklich auch mal miteinander sprechen nicht nur ich mit dir und dann können wir wirklich auch mal Detailliert auf dein leben auf deinen weg eingehen insofern die einladung ist ausgesprochen und Und begleitend eigentlich durch diesen gesamten zeitraum das heißt von diesem starting point damals bis zum heutigen tage an hat sich die meditation das mentale training Eigentlich ja durch die gesamten sechs jahre durch die gesamten sieben jahre hindurch gezogen Das heißt ja so gut wie auf wöchentlicher basis ist eigentlich kaum eine woche vergangen wo ich nicht mindestens irgendwie zwei drei vier stunden Wirklich auch in der meditation verbracht habe inzwischen weiß ich sogar dass viele Stunden eigentlich gar nicht in der wirklichen meditation verbracht worden sind sondern eher mit mentalem training verbracht worden sind Ja hatte da auch das glück dass ich auf einen ganz 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 tollen mentor gestoßen bin der mich in den letzten jahren dahin gehend auch Ja unglaublich begleitet hat der mich das erste mal wirklich verstehen hat lassen in der tiefe was eigentlich meditation wirklich ist Das heißt auch was dann der letzten endes erleuchtungs moment eigentlich ist das heißt wie der entstehen kann und zwar dann sofort Und ja insofern hat für mich dann auf einmal auch dieses mentale training sei es die gedanken beobachten sei es den atem zu entwickeln Das heißt wirklich auch seinen energiekörper fühlen zu können seine energiekörper seine zentren auszurichten All das aber auch seine sinne zum beispiel seinen sehsinn auf einmal Vollkommen neu fühlen zu können sein hörsinn neu wahrnehmen zu können all das Und noch vieles mehr Hat mich in den letzten jahren halt eben begleitet wird mich auch wahrscheinlich mein ganzes leben hinweg begleiten weil sich das natürlich auch immer weiter vertiefen lässt insofern bin ich aber auch da unglaublich dankbar dass ich das glück hatte da von einem ganz ganz tollen menschen Eigentlich um fairerweise es zu sagen sogar von zwei ganz ganz tollen menschen lernen zu dürfen Und auch immer noch mit ihnen in kontakt zu sein auch immer noch da sozusagen weiter an die hand genommen zu werden Und falls du ja zum beispiel auch dahingehend sagst hey krass ja meditation All das innere ist auf jeden fall auch was wo ich mich weiterentwickeln möchte wo ich meinen geist irgendwie auch mal beruhigen lernen möchte wo ich wirklich mal gedankenstille auch in meinem alltag erreichen will wo ich wirklich wieder Lernen kann auch wirklich meinen körper zu fühlen und dabei habe ich in den letzten jahren so viele mit tolle männer auch begleiten dürfen wirklich wieder ins gefühl zu kommen gedanken lehre zu erreichen all das falls das für dich interessant klingt Auch da gerne mal auf whatsapp melden oder auf moris neo.de eintragen denn Daraus ist in den letzten monaten vor allen dingen auch mein neoman transformation system entstanden Wo ich all die eigenen erkenntnisse wo ich all die tollen mentalen übungen in den letzten jahren in einen weg hinein gepackt hat den man sozusagen über monate hinweg gehen kann wo man all das von der pika an also wirklich von den grundlagen Bis hin zu letzten endes der wirklichen absorption der meditation Hiner lernt und das vollkommen zeitunabhängig das heißt wenn man einmal bei mir im neo mentoring drin ist Dann hat man auch lebenslangen zugriff auf dieses transformations system insofern Ja dass auch die einladung falls das für dich interessant klingt Gerne auch dahingehend auf jeden fall mal melden Ansonsten natürlich ein großer faktor Das ist in meinem leben war damals oder ein großer motivator war natürlich auch Ja das erste mal tiefere sexuelle erfahrungen sammeln zu dürfen das heißt Ja dieser sexuelle bereich war damals etwas das ich für mich auch nicht wirklich gut angefühlt hat nicht wirklich befriedigen zufrieden stellen wie auch immer und Ja auch da habe ich mich natürlich reinbegeben ich habe dazugelernt ich war auf etlichen dates gewesen habe etliche mädels kennenlernen dürfen Und so auch so ein bisschen herausfinden dürfen dass Ja sage ich mal es wirklich auch davon abhängig ist wen man da trifft das heißt es gibt definitiv mädels Wo einfach keine wellenlänge da ist wo keine gemeinsamen themen da ist Sind zwar vielleicht schön anzuschauen sehen vielleicht ganz gut aus aber wenn da einfach die wellenlänge nicht da ist bringt langfristig halt einfach auch nichts Und so habe ich dann auch da gelernt Ja einfach auch zu merken dass es nicht immer nur an mir liegt sondern halt eben auch natürlich Daran wen man denn da gerade trifft und ich habe auch da das gefühl gehabt je mehr ich mich auf meinen eigenen weg Eingelassen habe je mehr ich mein eigenes leben vor allen dingen lieben gelernt habe und das vollkommen unabhängig von irgendjemand anderem desto attraktiver habe ich mich auch meine eigenen haut gefühlt und ist so in anführungsstrichen qualitativ Hochwertigere frauen durfte ich dann nach und nach auch daten das heißt desto mehr anziehung konnte ich da dann auch auslösen und Jetzt auch ganz frisch diesen jahres das heißt seit anfang des jahres jetzt seit mittlerweile 8-9 monaten bin ich das erste mal auch wieder in einer Langfristigen beziehung sozusagen nach einer längeren single phase nach einer längeren phase der Selbstorientierung gewissermaßen und kann inzwischen jetzt auch da sagen Dass diese ganze selbstentwicklung selbstfindung mir halt eben jetzt auch extrem dabei geholfen hat jetzt in der beziehung hineingehen zu können Auf eine vollkommen andere art und weise das heißt die kommunikation ist einfach so herzlich so offen so direkt und so reflektiert halt eben auch So wie ich mir das jetzt in den letzten jahren auch immer irgendwie vorgestellt habe instinktiv aber Gar nicht wirklich für möglich gehalten habe dass es dann wirklich so erfüllend sein kann Ansonsten aber auch wirklich sage ich mal von den gemeinsamen momenten die man jetzt so erleben kann auf eine präsente art und weise Und letzten endes dann ein wunderschönes ganz herzliches mädel an seinem eigenen leben auch teilhaben darf Lassen und gewissermaßen das gefühl hat zwei leben miteinander zu teilen immer noch selbst natürlich auf meiner eigenen mission zu sein die vollkommen unabhängig von Irgendwem ist aber wie gesagt jetzt halt eben auch menschen daran teilhaben zu lassen und Vergleiche jetzt immer so ein bisschen damit dass medialfall jeder mensch seinen eigenen kreis seinen eigenen vollen kreis hat und wenn sich zwei menschen begegnen die Sich lieben auf einmal diese beiden vollen kreise in der mitte halt eben ein bisschen was haben was sich überlappt Jeder hat immer noch seinen halben kreis aber eben auch einen halben kreis den man miteinander teilt und Und ja das ist halt eben wirklich sage ich mal auch so ein schlüssel für eine geile erfüllende beziehung und insofern bin ich auch dafür unglaublich dankbar dass sich das jetzt auch ergeben hat nach einer langen zeit insofern auch da für dich die ermutigung je nachdem in welchem lebensabschnitt du dich befindest das ist auf jeden fall Sinnhaft ist erstmal den fokus auf sich selbst zu legen sein leben sich selbst erst mal lieben zu lernen und dann wird man auch mit der zeit halt eben potenziell eine partnerin anziehen Auch darum geht es bei mir jetzt im neo mentoring das heißt habe er jetzt in den letzten monaten auch neue module abgedreht Das heißt diesen sektor dating flirten frauen kennenlernen beziehungen führen auch mit aufgenommen dieses neo mentoring insofern auch da falls du da dazu lernen möchtest was das erst mal eine beziehung möchtest oder ganz generell auch erfüllenderen sex oder sowas der wünscht all das wird jetzt auch im neo mentoring möglicherweise abgedeckt weil es natürlich auch zum erfüllenden potenten leben als man dazugehört und Ja insofern hat sich das natürlich auch entwickelt und Last but not least muss ich trotzdem sagen ist jetzt alles super einfach geworden nein das heißt ich will dir hier wie immer nichts vormachen auf meinem kanal Natürlich gibt es auch immer noch phasen an denen es mir auch mal vielleicht nicht so gut geht an denen ich in kontakt mit dem leid bin An denen ich auch mal wieder kontakt habe vielleicht mit gefühlen der überforderung Vielleicht auch mit gefühlen der trauer vor allem jetzt auch in den letzten jahren Wo die gesellschaft teilweise auch wirklich abstruse entwicklung genommen hat ohne dazu jetzt Zu sehr ins detail zu gehen kannst ja vielleicht denken was ich meine Natürlich macht mich sowas auch traurig natürlich ist sowas auch nicht immer einfach aber vielleicht geht es auch gar nicht so darum dass es hier immer einfach ist Damit habe ich mich in den letzten jahren eben auch arrangiert Dass auch das zu einem menschlichen männlichen leben irgendwie dazugehört dass man nicht davor Zurückschreckt dass es manchmal auch schwer ist dass es manchmal auch herausforderungen beinhaltet und dass man halt eben genau daran letztendlich wächst Insofern das vielleicht auch noch eine ziemlich spannende erkenntnis Ja jetzt habe ich sehr sehr viel geredet Zum abschluss vielleicht jetzt noch der der angekündigte ausblick das heißt Ich habe ja ganz am anfang schon gesagt hat mich super freuen falls jetzt noch nicht getan haben soll es immer noch dran bist auf jeden fall Noch einen kommentar zu schreiben mit potenziellen video themen wünschen deinerseits Worüber ich jetzt in den nächsten wochen mal sprechen gerne würde Oder sollte das heißt das gerne mal in die kommentare reinpacken Und ja ansonsten wird sie auf moris neo jetzt in regelmäßigen abständen auch wieder live streams geben Das heißt wahrscheinlich alle zwei wochen roundabout Habe ich dann auf keinen tag festgelegt aber so im zwei wochen rhythmus wird abends live streams geben um diesen community aspekt auch mal wieder so ein bisschen zu stärken Insofern da gerne einschalten kanal wie gesagt abonnieren und zwar dann sofort glocke vor allen dingen aktivieren dass du da auch direkt benachrichtigt wirst und Ja ansonsten auch wieder regelmäßigere videos wirklich die videos wie du das von mir gewohnt bist natürlich und Ansonsten wird aber vor allem auch der fokus weiter in dieses neo menten rein fließen zum beispiel jetzt anfang november wird auch das nächste neo man retweet stattfinden in einer ganz tollen location Mit ganz tollen anderen männern insofern falls du da auch dabei sein möchtest gerne entweder unten mal auf whatsapp mich anschreiben oder Dich eintragen auf moris neo.de unter alle infos zu bekommen Und ja ansonsten werde ich die diese akademie auch weiterentwickeln ganz ganz viel zeit und herzblut auch in meine teilnehmer reinstecken dass sich da wirklich auch geile transformationen ergeben und Ich da einfach ja auch noch mehr dazu lerne um noch geiler Menschen auch helfen zu können in ihrem eigenen leben ihrer männlichen entwicklung und das ist für mich sage ich mal jetzt so die planung ansonsten mit viel zeit natürlich auch Parallel dann in meine beziehung rein gesteckt sich da gemeinsam was aufzubauen und Insofern sind das alles die themen die mich jetzt weiterhin beschäftigen werden ich werde ich wie immer daran teilhaben lassen und würde mich freuen wenn du Weiter teil dieser reise bist teil dieser neo community und wenn ich dich vielleicht bald auch wirklich in dieser neo man community begrüßen dürfte Als einen wirklichen teil dieser tollen entstehenden gemeinschaft insofern das war es mit diesem video Als beendung der sommerpause ich hoffe hat das video gefallen gerne daumen nach oben geben Ansonsten auch gerne mal die kommentare schreiben wie das ganze fandest Ob du ein bisschen was mitnehmen konntest und ansonsten falls du fragen wie du wünsche hast kommentare und Und ansonsten falls du mich kennenlernen willst mal rein schnuppern willst whatsapp provis neo.de Und ansonsten hören wir uns im nächsten video oder hören uns vielleicht schon bald in whatsapp oder in einem kennenlernen call So oder so ich freue mich auf all das was kommt wünscht dir mein freund das aller allerbeste Hau rein bis zum nächsten mal dein moris